Matthias Richling ist einer der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands und er ist unbestritten Deutschlands bester Parodist. Von Angela Merkel über Donald Trump bis hin zu Karl Lauterbach. Keiner verkörpert so treffend, so witzig und auch so entlarvend die großen, wichtigen und mächtigen dieser Welt. Herzlich willkommen bei Phoenix persönlich. Ja, vielen Dank, das war zu viel. Aber ich wollte nicht unterbrechen. Man hört es doch gerne. Nur das Beste über unsere Gäste. Wie sind Sie denn durch die Corona-Krise gekommen bisher? Das ganze Jahr. Ja, ich persönlich darf mich nicht beschweren, weil ich bin Gott sei Dank keine 20 mehr und keine 25. Das heißt, in dieser Zeit, die ich arbeite, habe ich ein paar Rücklagen geschaffen, die allmählich auch zu Ende gehen. Aber was mich noch viel mehr belastet, ist eben die zunehmende Depression von Kollegen oder Freunden, die eben die Klainunternehmer sind. Gastronomen, Künstler. Das ist sehr schwierig. Sie gehören zu den Glücklichten, wenn ich so etwas so sagen darf. Sie haben eine regelmäßige Fernsehshow beim SWR, die Matthias-Richling-Show einmal im Monat. Aber wie geht es denen, die eben den Künstlerinnen, den Künstlern, die dieses Fernsehstandball nicht haben, die jetzt nicht auftreten können? Ja, katastrophal. Also ich muss auch sagen, ich habe auch 70 Vorstellungen absagen müssen im letzten Jahr oder bis heute. Und es gibt viele Schauspielerkollegen. Ich habe mit kleinen Theatern gesprochen, wo die sagen, 30 Prozent unserer Kollegen werden Putzfrau, Straßenkehrer oder einfach obdachlos. Und dieses Problem wird nach meinem Dafürhalten und nach meiner Beobachtung eben in keinster Weise berücksichtigt. Was mir fehlt ist eben, oder was allen fehlt, ist das, was Herr Schäuble schon im Juni letzten Jahres gesagt hat und jetzt im Januar schon wieder, nicht nur man kann nicht jeden retten, sondern sagt auch, das Leben ist eben nicht nur Gesundheit. Es gibt auch die soziale, wirtschaftliche und psychologische Gesundheit oder psychische Gesundheit. Und diese Beratungsgremien werden überhaupt nicht zugelassen in den großen Gipfeln. Und das schafft das eigentliche Problem, das erst kommen wird, wenn man mit dem Deckmantel der Kurzarbeit, die dann aufhört nach der Bundestagswahl sinnvollerweise, in Anführungsstrichen, wenn das dann zu vielen Obdachlosen eben in dem Einzelhandel führt, bei den Kleunternehmen und so. Ich versuche mir mal zu überlegen, was Angela Merkel Ihnen entgegnen würde. Die würde mutmaßlich sagen, wir haben täglich 300 Tote, wir haben die Virusmutationen, da kann man eben nicht blind öffnen. Aha, gut. Also nun muss man sagen, es fixiert, oder mir fällt dazu eine Talkshow von neulich ein, wo ein Politiker sagte, wir wollen nicht, dass Menschen sterben. Und der Moderator sagte, sie wollen nicht, dass sie an Corona sterben. Und ich sage, an allem anderen dürfen sie verrecken. Denn wir haben in Deutschland 2.900 Tote am Tag. Das ist die normale Sterbequote. Man kann sagen, gut, jetzt werden wir noch 300 Tote, so will ich es nicht sagen. Aber die Fixierung da drauf ist einfach, auch nach einem Jahr für mich, der ich mich intensiv damit beschäftigt habe, irrational. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht ganz, warum ist das irrational, wenn man sich darauf fixiert und sagt, da sind jetzt 70.000 Menschen in Deutschland zusätzlich gestorben. Warum ist das irrational? Weil ich dann frage, sehen Sie, wir haben auf der Welt im Jahr 1,5 Millionen Tote im Verkehr. Ist das nichts? Warum schließen wir die Autobahn nicht? Warum schaffen wir die Autos nicht ab? Wir haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung, wir haben einen Sicherheitsquot, wir haben eine Knautschzone. Ich weiß, die Todesquote auf den Autobahnen hat sich drastisch gesenkt. Es bleiben trotzdem in Deutschland 3.000 Tote im Jahr. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Es ist, was wir ja nie vergleichen dürfen. Ich weiß es schon, ich weiß, Corona ist sehr viel gefährlicher und man weiß die Spätwirkungen nicht und so weiter. Das weiß ich alles. Trotzdem nehmen wir nochmal dieses Beispiel von vor zwei Jahren. Die berühmte Virusgrippe, die Impfung hat nicht ganz funktioniert, weil eben die Mutation schon weitergegangen war. 10 Millionen Infizierte hatte in Deutschland und 25.100 Tote in vier Monaten. Warum haben wir da nicht ein Kiosk geschlossen? Waren die nichts wert? Waren die weniger wert als Corona-Tote heute? Also drehen wir einfach die Argumentation um. Ich bin gern dafür. Natürlich muss man jeden schützen. Selbstverständlich. Aber warum ist das nicht geschehen? Ich weiß zum Beispiel von Kamerakollegen oder Moderationskollegen, die damals einen Beitrag machen wollten zu der Virusgrippe. Und das wurde einfach nicht gewünscht, um keine Panik herzustellen. Und diese Paniksituation, die erreicht wird, bei aller Vorsichtsmaßnahmen, ist natürlich auch dadurch hergestellt, dass die Maßnahmen irrational sind als Beispiel. Ich bin sehr für Maske und bin sehr für Abstand. Ich finde es ganz fürchterlich, wenn ich im Restaurant sitze und die nächsten Leute setzen sich direkt neben mich, dann setze ich mich weg. Ich habe seit Jahren keine Grippe, finde ich wunderbar. Also ich bin sehr dafür. Ich trage meine Maske auch die nächsten 20 Jahre, wenn es sein muss, wenn Corona hoffentlich vorbei ist. So. Aber es gibt dann so Maßnahmen aus dem letzten Jahr zum Beispiel, dass man sagt, okay, es ist ein Kinderspielplatz abgeflattert mit dem Flatterband und daneben sitzt eine alte Frau alleine und liest ein Buch. Die muss dann eine Strafe zahlen. Und dann sagt man, ja wieso kommt das Virus aus der Bank? Kommt es durch die Luft? Da werden hysterische und panische Reaktionen hervorgerufen, weil man sich das nicht erklären kann. Darf ich mal da einhaken? Also wir halten mal fest, Sie sagen, das ist hysterisch und panisch. Da würde ich gleich darauf eingehen. Zunächst mal dieser Vergleich mit der Grippe. Okay? Eingeräumt. Die Grippe hat viele Tote gekostet, aber es gibt ja doch zwei entscheidende Unterschiede. Erstens, gegen Grippe kann man sich impfen und es gibt genügend Impfstoff, gab es bisher nicht. Und gegen Grippe gibt es auch Arzneimittel, weswegen eben die Sterblichkeit bei Grippe geringer ist. Das sind doch entscheidende Unterschiede, die für den Einzelnen im Zweifelsfall den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen können. Deswegen ist eben der Vergleich mit Grippe in aller Regel, sagt man, nicht derjenige, der zutreffend ist. Okay, teilweise. Weil, warum gab es denn zehn Millionen Infizierte bei der Grippe vor zwei Jahren oder vor drei inzwischen? Weil eben der Impfstoff doch nicht gewirkt hat, wie er sollte. Ja? Und es bleibt dann trotzdem dabei. Weil viele sich nicht geimpft haben. Es impfen sich gegen Grippe. Ich glaube, 80 Prozent der Bevölkerung haben sich nicht gegen Grippe impfen lassen, aber sie hätten es tun können. Lassen wir mal auf das. Sie sagen, das ist panisch, das ist übertrieben. Warum glauben Sie, dass das panisch und übertrieben ist? Weil die, wir sehen es doch zum Glück, ist ja das, was ich seit einem Jahr sage, inzwischen immer mehr in der Öffentlichkeit und auch von seriösen Beobachtern so beschrieben. Das heißt, die Maßnahmen sind oft eben nicht logisch, also nicht nachvollziehbar. Wenn die, nur als Beispiel, also gut, klarerweise sind die Supermärkte offen, damit man auch sich was zu essen kaufen kann. So kleine Restaurants, die eine Sicherheitsvorkehrung gemacht haben bis zum Herbst letzten Jahres, die exorbitant war. Die mittags vielleicht zwei, drei Tische haben, die sie bedienen. Wieso können die nicht öffnen? Also in der Argumentation weiter, Herr Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts und potenzieller neuer Bundeskanzler, weil er ja auch jeden Tag seine Regierungserklärung abgibt, hat im Oktober letzten Jahres in der Ankündigung des Lockdowns von November gesagt, also die Ansteckungen in Theatermuseen und Gaststätten sind um die fünf Prozent, dazu gibt es auch eine Grafik dazu, und etwa 50 bis 60 im privaten Bereich. Wir schließen Theater, Gaststätten, Museen und schicken die Leute in den privaten Bereich. Was soll ich, ohne irgendwelche fürchtlichen Sachen zu vermuten, wie soll ich das interpretieren? Also sollen die Leute krank werden? So, das meine ich mit Panikschaft. Wieso schicke ich die Leute aus einem relativ, ich habe ja selber gespielt im Oktober in Berlin. Wir hatten ein Sicherheitsmaßnahmen, das ist unglaublich, mit 15 Quadratmeter Umgebung, wo die Leute alleine sitzen mussten. Jeder musste einzelnes Theater betreten mit Maske und allen Daten und so weiter. Es gab da keine Hotspots. Also wieso schließt man Theater und Gaststätten? Verstehen Sie? Ich versuche, sie zu verstehen. Dankeschön. Aber ich versuche auch, die andere Seite zu verstehen. Da sind also jetzt die Künstler, die dürfen nicht auftreten, sagen, bei uns steckt man sich nicht an. Da sind die Schüler und viele Lehrer, die sagen, wir haben tolle Maßnahmen, in der Schule steckt man sich nicht an. Da gibt es die Gastronomen, die sagen, bei uns ist alles in Ordnung, da steckt man sich nicht an. Und ich könnte jetzt die ganzen gesellschaftlichen Bereiche durchmachen, alle sagen, wir sind es nicht. Am Ende, am Ende, lassen Sie mich das, am Ende haben wir eine Regierung, haben wir Ministerpräsidenten, haben wir eine Kanzlerin, die eben dafür sorgen muss, dass diese Pandemie nicht außer Kontrolle gerät. Würden Sie denn diese schwierige Abwägung zwischen Gesundheit und Freiheit der Bürger, würden Sie die prinzipiell anders treffen? Das ist eine Generalfrage, die man so mit einem Jahr oder nein nicht beantworten kann, denn dazu gehören ein paar Prämissen. Ich sage es nochmal, ich berufe mich nur prinzipiell nur auf die Informationen, die ich vom RKI habe, eine WHO, Weltgesundheitsorganisation und nicht irgendwelche Unterstellungen und so. Also die Grundinformation seit einem Jahr vom RKI ist und auch von vielen Instituten, Innsbrucker Institut über Ischgl und andere Institute sagen, um die 85 Prozent der Infizierten haben keine Symptome. So, das muss ich so glauben, ich kann es nicht gegenkontrollieren, aber das ist das, was ich überall erfahre. So, die Sterbequote ist um 0,2 Prozent. Jetzt werden Sie sagen, es sind nur zwei Millionen Tote auf der Welt. Ja, zwei Millionen Tote zu 7,8 Milliarden Menschen sind 0,01 Prozent. Tut mir leid. Gut, also ich würde mal gern einhaken, also diese 0,2 Prozent Sterbequote, die würden viele Experten so nicht stehen lassen. Da gibt es viele, viele Studien, die zu deutlich höheren Sterbezahlen kommen. Wie hoch ist der Maximalwert? Naja, es gibt, was weiß ich, zwei Prozent, drei Prozent der Erkrankten. Nehmen wir auch vier Prozent. So, hätten wir Pest, wäre die Sterbequote 60 Prozent. Fasse ich sie an und sie kriegen die Beulen? Nein. Und da ist der Leidensdruck in der Gesellschaft nicht groß genug. Wie viele Leute kennen Sie? Ich weiß, wer Corona hatte. Das ist ein furchtbares, wenn Sie wollen, verrecken. Es gibt einen Arzt aus Amerika, der die letzten anderthalb Minuten eines Corona-Sterbenden nachsimuliert hat. Dann hätte ich auch gern die letzten anderthalb Minuten eines AIDS-Sterbenden gesehen, die letzten anderthalb Minuten eines Leukämie-Sterbenden oder eines Lungenkrebs-Sterbenden und so weiter. Das ist, das nenne ich Hysterisierung. Natürlich ist das schlimm für die, die es betrifft. Aber insgesamt für 83 Millionen oder für 460 Millionen Europäer ist der Leidensdruck nicht groß genug, um das nachzuführen, dass es ein Jahr lang alle eingeschlossen oder das soziale und kulturelle Leben nicht möglich ist. Jetzt letztendlich muss diese Gesellschaft, muss Deutschland ja in einer demokratischen Debatte entscheiden, welche Maßnahmen, wie viele Maßnahmen ergreifen wir, um diese Pandemie zu durchstehen. Wie viele Freiheitsbeschränkungen akzeptieren wir und wie viele Schäden an Gesundheit und Leben nehmen wir in Kauf. Bisher hat eine überwiegende, überwältigende Mehrheit der Bevölkerung gesagt, ja, der Kurs, den Angela Merkel und die Ministerpräsidenten da fahren, das ist der Richtige. Bisher hatten wir eher mehr Leute, die sagen, wir wollen einen schärferen Lockdown, als solche, die wie Sie sagen, nein, das ist mir zu freiheitsberaubend. Klammer auf, bisher. Klammer zu. Warum? Ganz logisch, wenn Sie Angst verbreiten, egal wie, dann haben Sie die Leute immer auf Ihrer Seite. Aber dann möchte ich mal nachfragen, warum glauben Sie denn, sollte eine Regierung, sollten Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wieder besseres Wissen Angst verbreiten oder die Experten und Wieler? Ich bin doch inzwischen nicht der Einzige, der das sagt. Seriöse Menschen, ich wiederhole das nochmal, Herr Schäuble hat gerade es wieder gesagt, die Kollateralschäden, Kollateraltoten werden überhaupt nicht berücksichtigt. Und das werden sehr viel mehr sein, als diejenigen, die über Corona gestorben sind. Wenn Herr Schäuble sagt, die Welthungerhilfe erwartet Millionen Hungertote, weil die Bauern nicht Saatgut anbauen können und liefern können und so weiter. Ja. Also mir geht es jetzt nur um dieses Wort Kollateraltod. Das mag der eine oder andere jetzt missverstehen. Ich versuche zu verstehen, was Sie da sagen. Politiker bin, brauche ich nicht Politiker, korrekt sein. Es sterben unter Umständen Menschen, so verstehe ich Sie, auch an den Folgen des Lockdowns. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja. Und das ist ja doch auch naheliegend. Erstens habe ich gerade einen Menschen gesprochen, der einen Anwalt kennt, wo zwei Mandanten sich umgebracht haben. Das war das eine. Es gibt auch Leute, die nicht behandelt werden oder sich nicht ins Krankenhaus trauen wegen Herzbeschwerden, wegen Krebs. Ich kenne jemanden. Und das ist, da bin ich nicht derjenige, der das Wort Kollateralschaden erfunden hat dazu. Bitte. Ja, ich möchte generell jetzt trotzdem nochmal fragen, was ist denn jetzt, sagen wir mal, letztendlich das Ziel dessen, wie Sie hier argumentieren. Glauben Sie, wir müssen anders abwägen, wir müssen mehr gesundheitliche Schäden in Kauf nehmen, damit wir mehr Freiheit haben. Wie Herr Wieler auch sagt, dass jeder dritte Satz beginnt bei Herrn Wieler, wir wissen nicht genau. Und so wissen wir es ja auch nicht. Also wir haben den Lockdown so im November, hat sich wirklich die Quote erheblich gesenkt. Jetzt können Sie nur, werden Sie mir gleich sagen, ja, sie hat sich aber auch nicht erhöht. Ja, schön, okay. Aber Sie wissen es genauso wenig wie das andere. In der Tat, wir wissen nicht, wie viel Tote es geben würde, wenn keine Leihmaßnahmen ergriffen worden wären. Aber es gibt doch das eine oder andere. Welche Dinge, was wollen Sie alles? Na, was ich gerne sagen würde, es gibt doch das eine oder andere Land auf dieser Erde, das andere Wege versucht hat, von Schweden bis USA. Und die Zahl der Toten pro Kopf der Bevölkerung sind in aller Regel doch höher als in Deutschland. Deutschland ist ja bisher, was die Zahl der Toten... Ich habe eine Frage, eine kleine Einwendung. Machen Sie es. Weil ich möchte wirklich nicht ins, eigentlich in eine psychiatrische Klinik gehörende Herrn Trump in Schutz, dem ganz bestimmt nicht. Aber wir haben, Sie wissen vielleicht die aktuellen Zahlen, wie viele Tote gab es, gibt es bis heute in Amerika über Corona? Also meine letzte Zahl ist um die 400 Millionen, 400.000, Entschuldigung. 400.000, ja. So viel hat Amerika gar nicht. Also sagen wir mal 400.000 oder zu meinen letzten Informationen, stand es ein paar Wochen her, waren es 360.000 und wie viel hat Europa in der selben Zeit? Etwa 380.000, 400.000. Das ist richtig, aber das liegt daran, weil bestimmte Länder wie Frankreich, Italien, Spanien besonders viel Tote haben. Aber bitte. Moment. Amerika hat 335 Millionen Einwohner und wir haben 460 Millionen. Es ist prozentual, wie Sie es verteilen, okay. Aber es ist derselbe Wert. Europa ist nicht besser durch die Krise gekommen als die USA. Also bitte schön. Da haben Sie sicherlich recht. Und das Zweite ist, wir haben, ich sage ja nicht, dass man nichts dagegen machen soll, ich betone es nochmal, viele Maßnahmen sind, finde sie sehr für mich persönlich auch sehr sinnvoll, wie Maske und Abstand, wunderbar. Aber es gibt eben Dinge, die, es gibt doch Beispiele, Münster, Rostock, Tübingen, Boris Palmer, der es anders löst und andere Lösungsmöglichkeiten hat. Und der eben, mir geht es nicht in erster Linie jetzt darum, gehen wir weg von dem Masken, sondern was ist die zusätzliche Belastung? Die Leute, wissen Sie, wenn Sie, ich sage es nochmal, der Leidensdruck ist nicht groß genug. Und das können Sie, das bricht jetzt auf, seit ein paar Wochen bricht es auf. Die Leute können mehr. Wenn Sie sagen, bisher war die Mehrheit der Menschen für noch mehr Lockdown. Der letzte Wert ist 57 Prozent dagegen. Und je mehr die Leute unter anderen Dingen leiden, also unter Corona, umso mehr wird es dagegen Proteste geben. Ich würde jetzt an der Stelle gerne einen Dreher machen, weil wir nicht weiterkommen. Ich sehe es schon. Genau, weil Sie sind ja nun ein Kabarettist, aber damit will ich ja nicht wegleiten vom Thema Corona, sondern Sie setzen sich ja auch mit kabarettistischen Mitteln mit dem Thema Corona auseinander. Eine ganz wichtige Rolle bei dieser Corona-Krise spielen die Experten. Und die sollen natürlich in dieser Sendung auch zu Wort kommen. Karl Lauterbach, bitte. Das ist natürlich eine Innovativität. Jetzt bin ich aber dran. Nein. Ich bin jetzt dran. Nein. Jetzt bin ich aber dran. Ich kann es nur immer wiederholen. Keine Kontakte, keine Kontakte, keine Kontakte, keine Kontakte, keine Kontakte, keine Kontakte, keine Kontakte. Es ist jetzt gut. Wir brauchen mehr getrennte Schlafzimmer. Wir brauchen mehr Scheidungen. Wir brauchen mehr Single-Haushalte. Kinder dürfen nur noch aufbewahrt werden in luftdichten Räumen. Der Mensch muss ein Einzeller werden. Wir dürfen uns nur noch vermehren durch Selbstverfruchtung. Und das ist ein jahrmillionenlanger Evolutionsprozess. Aber bei Schnecken funktioniert es ja auch. Wir müssen einfach einsehen, nicht arbeiten, nicht bewegen, nicht sprechen, nicht atmen, nicht essen. Das schützt einfach die Gesundheit von uns allen. Ja, nee, es reicht, Herr Lauterbach. Aus anderen Sendungen kriegt man sie nicht raus. Aus sie doch schon. Tschüss. Ja, Karl Lauterbach. Nicht gerade schmeichelhaft für Herrn Lauterbach. Haben Sie was gegen Lauterbach oder gegen Corona-Experten? Sie nennen Herrn Lauterbach einen Corona-Experten. Ich nehme es zur Kenntnis. Bitte. Also das Problem, was offensichtlich ist bei Herrn Lauterbach, er hat von der SPD nie einen Ministeramt angeboten bekommen. Jetzt schlägt er zurück. Deswegen ist er jetzt 15 Mal in der Woche in irgendwelchen Talkshows und verbreitet sich. Da ist genau dieser Effekt, dass das, was zusätzlich zur Gesundheit, ich sage es noch einmal, die psychologische, die psychische Gesundheit ist mindestens so wichtig. Und wenn man einen kleinen Hoffnungsschimmat kommt, Herr Lauterbach gleich dahinter und sagt, jetzt kommt die dritte Welle und jetzt kommt die vierte Welle. Und wir müssen eigentlich, im Grunde genommen, gibt es so viel Gefahren. Wir wissen, jetzt kommt der nächste Schnupfen. Da wissen wir auch nicht, wie der ausgeht. Im Grunde müsste es eigentlich einen permanenten, nie endenden Lockdown geben. Und das ist das, was die Leute nicht ertragen. Ganz einfach. So gefährlich, wie es sein mag und ist, dass auf dieser Basis, wie, ja. Ja, ich wollte mal sagen, Herr Lauterbach hat seine Befürworter und seine Gegner. Er war übrigens interessanterweise vor 14 Tagen Gast in dieser Sendung. Das ist mir bekannt. Also er brennt ja für seine Sache. Nötigt Ihnen das Respekt ab, wie er für seine Sache brennt, wie er dafür eintritt? Ich kann das nicht sagen. Also das wäre gelogen, wenn ich das sage. Es benötigt mir Respekt ab. Ich habe seine Frau im Ohr, die gesagt hat, die sagte, ich bin eigentlich die Virologin und er hat eigentlich nur Health Management studiert und hat das sehr in Abrede gestellt, seine Qualifikation. Also lassen wir es mal dahingestellt. Aber ich finde es sehr, naja, kann man was Falsches sagen? Es ist ja so, man muss nicht unbedingt inhalieren oder trinken. Man kann zum Beispiel auch, wie sagen wir, Dauerlauf oder so, führt auch zu Suchterscheinungen. Wir wissen es von Joschka Fischer. Und ich glaube, er ist in einem Rhythmus drin, wo das schon, wo eine Sucht befriedigt wird. Also Karl Lauterbach ist wirklich allgegenwärtig in dieser Krise. Aber er bestimmt nicht die Richtlinien der Corona-Politik. Das macht eine andere. Die gucken wir uns jetzt kurz an. Frau Merkel, Sie sind Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Antwort C, das war noch keine Frage. Ja, Sie sehen aber viele anders. Und werden bald Ihre Kanzlerschaft beenden. Achso, dann nehme ich doch Antwort A. Frau Merkel, ich stelle gerade noch keine Fragen. Ich stelle nur fest. Es ändert ja nichts an meinen Antworten. Also bitte. Dann wollen wir mal schauen, ob von Ihren Antworten eine dabei ist. Wenn wir heute beginnen mit, wer war Millionär? Denn wir starten heute mit einer Million und wollen einmal schauen, ob auch hier Sie das Geld anderer verzocken durch falsche Politik. Durch falsche Antworten. Entschuldigung. Was heißt denn verzocken? Wissen Sie, wie viel Geld wir den Leuten zukommen lassen? Oder wollen Sie das bestreiten? Wenn Sie so drauf sind, Antwort F. Die Antwort gibt es doch überhaupt gar nicht. Das wollte ich damit ausdrücken. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Das ist immer gut. Frau Merkel, erste Frage. Achso. Mit welchem Satz unterstützt die Bundeskanzlerin die nachfolgende Generation, wenn sie den 314 Milliarden Neuverschuldungstopf von Finanzminister Olaf Scholz abbezahlen muss? A. Scholz schafft uns. B. Wir schaffen das. C. Frohes schaffen. Oder D. Wer geht anschaffen. Äh, ich nehme B. Es ist ernst. Frau Merkel, diese Antwort gibt es gar nicht. Ja, aber sie stimmt. Leider falsch. Und Frau Merkel, die Antwort ist D. Wir sinken auf 250.000. Ja, pff, so viel verdienen die meisten im ganzen Leben nicht. Ja, Angela Merkel. Angela Merkel ist ja seit vielen, vielen Jahren wahrscheinlich für einen Kabarettisten und Parodisten wie Sie die wichtigste Rolle. Wie haben Sie sich das denn angeeignet? Die Figur, wie ich mir alle aneigne. Also ich habe zum Glück irgendwie eine Beobachtungsgabe, die ganz gut funktioniert. Ich habe einen Regisseur, der mich ganz gut kontrolliert, den Günther Verdien, mit dem ich seit 100 Jahren zusammenarbeite. Und das ist wie beim Zahnarzt auch. Man guckt auf die C, C, A, C, Drei, ist nicht ganz in Ordnung. Und so kann ich sehr schnell irgendwie eine Figur erfassen. Worauf kommt es da an? Gesten, Kleidung oder müssen Sie sich in die Person hineinversetzen, hineinfühlen? Denken wie Sie? Das geht schnell. Also eine Figur anzuhören und dann merke ich, ich höre sie ein paar Minuten an und dann merke ich schon, dass ich in dem Stil schon schreibe. Das andere hat zu tun mit einer Wiedererkennbarkeit bei den Menschen. Auch eine Figur, eine Frau wie Merkel war am Anfang nicht so erkennbar, wie sie es jetzt ist, weil sie halt jeden Tag im Fernsehen ist und jeder weiß, ihre Bewegungen kennt und ihre Abläufe kennt und so und ihre Reaktionen, ihre Sprache kennt und so. Das ist am Anfang nicht so gewesen. Und da ist es dann wichtig, Charakteristika zu finden, die diese Figur sein könnte. Sie haben sich ja richtig in Sie reinversetzt. Können Sie irgendwie uns vermitteln, wie Angela Merkel tickt? Ich kann es vielleicht in einer kleinen Episode erklären, die deutlich macht, wie auch Ihre Politik läuft. Ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, Sie zu treffen und ganz kurz nur und dachte, ich begrüße Sie jetzt, ja, gehe auf Sie zu und sage, Frau Merkel, schönen guten Tag, Sie werden mich nicht kennen. Nein. Worauf sie sagte, äh, also es war ein nicht klein, ganz deutliches Nein, aber kein klar geäußertes Nein. Man konnte aber schließen, Sie kennt mich nicht. Frau Merkel zu ihr sagte, ich spiele Sie manchmal in meinen Sendungen. Worauf sie sagte, ja, ich weiß. Das sagt eine ganze Menge. Das heißt, sie kannte Sie? Sie kannte mich, aber hat es erst mal geleugnet. Wer weiß, worauf er hinaus will. Das Nein, was sie äußerte, war auch nicht so deutlich, dass man ihr unterstellen konnte. Sie sagte Nein. Und dann, wie es dann harmlos rausging, konnte sie sagen, mhm, mir bekannt. Es gibt ja eine ganze Menge Kritik an der Politik von Angela Merkel in der Flüchtlingskrise, jetzt in dieser Corona-Krise. Trotzdem, Angela Merkel steht nach wie vor relativ unangefruchten an der Spitze der Regierung und ist derzeit Deutschlands beliebteste Politikerin. Haben Sie da eine Erklärung? Also das eine hängt sich damit zusammen, weil sie selber eine sehr bescheidene Frau ist. Man kann ihr keine Korruption nachsagen und man kann ihr nicht sagen, dass sie was für ihren eigenen Vorteil tut und so weiter. Das ist sicher das eine, was den Leuten auch immer wieder klar wird. Und das Zweite ist, dass sie aus der Flüchtlingskrise sehr gut gelernt hat, indem sie bei der Flüchtlingskrise gesagt hat, da haben wir gesagt, das Volk weiß nichts, wir wissen alles. Jetzt sagen wir, das Volk weiß nichts, wir wissen auch nichts. Wenn Sie da auf die Bühne gehen und Ihr Programm machen, im Moment ist Ihr Programm auch völlig dominiert, wie alles in dieser Gesellschaft von Corona. Haben Sie da eine bestimmte Absicht, ein bestimmtes Ziel? Wollen Sie eine bestimmte Haltung oder Einstellung vermitteln? Vermitteln bin ich sicher, aber ein Ziel habe ich nicht. Also ich glaube, das Falscheste, was man in meinem Genre tun kann, ist, dass man Moral verbreitet und hofft, die Leute denken dann so wie man selbst. Das sollte nicht sein. Aber eine gewisse Tendenz kann ich Ihrem Bühnenprogramm ja schon entnehmen. Und das ist nicht so ganz unterschiedlich zu dem, was Sie zu Beginn der Sendung gesagt haben, wie Sie die Corona-Krise sehen. Aber das dient dazu, dass die Leute selber darüber nachdenken. Also ich möchte, sagen wir, erst mal Formulierungshilfen geben. Es gibt oftmals Situationen, wo die Menschen kommen nach der Forschung und sagen, ach, wir haben schon so gedacht wie Sie, aber wir konnten es nicht ausdrücken. Und das Zweite ist, Anstöße zu geben. Das heißt auch, dass man gegenteiliger Meinung sein muss oder kann, um dann eine Synthese für sich selbst zu finden. Also dazu ist ein Programm da und es ist natürlich auch da zum Unterhalten. Also auch über das Lachen transportiert sich eine ganze Menge auch an eigenen Erkenntnissen. Jetzt sind Sie ja ein relativ bekannter und dezidierter Kritiker der Corona-Politik. Waren das schon über die ganze Pandemie hinweg? Da hat es auch ziemlich Wirbel mal gegeben, als Sie Ihre Kritik beim Maischberger geäußert haben. Sind Sie prinzipiell der Ansicht, dass man in Deutschland nicht richtig umgeht mit Kritik an der Corona-Politik? Nein, das darf ich so nicht sagen, weil ich habe in dem Sender, den ich produziere, der SWR, da habe ich nie irgendetwas erfahren, was ich nicht sagen dürfte. Das ist das eine. Und das Zweite, es ist eher, wenn Sie sagen, man kann nicht alles, oder wenn es Menschen gibt, die sagen, ich kann nicht alles sagen, hängt das eher mit der Schere im Kopf zusammen. Die sagt, also wer weiß, wie ich jetzt angegriffen werde, wenn ich das sage. Aber das ist aber die eigene Selbstkontrolle eher, als dass man sagt, man kann die Meinung nicht mehr sagen. Also diese Ansicht bin ich nicht. Und ich habe, wenn Sie das ansprechen mit Corona, auffällig war am Anfang, vor einem Jahr, oder wie das anfängt mit der Corona-Zeit, dass man, egal was man sagt, ich habe mich immer berufen auf die Fakten, die ich offiziell von Frau Merkel, von RKI und WHO bekomme und so. Und trotzdem gleichwohl, wenn ich mich dann so geäußert habe, wie gerade in der Sendung, hieß es dann von merkwürdigen Kritiken, es wären also krude Ideen. Also was heute inzwischen, weil die Leute einfach nicht mehr können, seit sechs, acht Wochen sich wirklich auch auf breiter Ebene ändert. Sie lesen heute sehr viel mehr Kritik an den Maßnahmen der Regierung oder den umgesetzten Maßnahmen oder noch nicht umgesetzten Maßnahmen als vor einem halben Jahr. Das ist deutlich zu merken und auch von seriösen Magazinen. Also das muss man schon sagen, ja. Das war Phoenix persönlich, heute mit Matthias Richling. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Bleiben Sie gesund.